Einen wunderschönen Samstagmorgen um 5 Uhr, naja gar nicht mehr war, 5.30 Uhr, aber ich hoffe ihr habt einen wunderschönen Start in diesen Samstag. Herzlich willkommen beim Allcoin und an alle die zum ersten Mal da sind und an alle natürlich die schon wieder da sind. Ja, das sieht jetzt hier ein bisschen schön bunt gemalt aus, das sag ich einfach mal, aber im Endeffekt ist jetzt hier auch nicht so viel zu sagen. Alles beim Alten, bei Litecoin, der Coin mit dem wir immer anfangen, gerne mal direkt den Like-Button reindrücken. Gestern habt ihr nur zwei Coins, in die engere Auswahl gehe ich, das war Zickcoin und Caster, keinen von beiden werde ich heute mit reinnehmen, weil es sich nicht lohnt, dort drauf zu gucken, sag ich einfach mal so ganz ehrlich. Wie sieht es aus bei Litecoin? Tja, hier sieht es so aus, als wenn wir vielleicht bald eine Möglichkeit kriegen, das ist allerdings auch hier erst möglich. Achtung, wenn wir diese Linie überschreiten, diese grüne Linie, die ist nicht grün, sondern die ist rot, weil sie jetzt gerade noch Widerstand ist. Die hat so viele Auflagepunkte, jawohl, gerade weggemacht, die hat so viele Auflagepunkte auf 4 Stunden Basis, dass es gar keinen Sinn macht, darunter eine Trading-Position einzunehmen. Wenn wir das Ganze, Achtung, hier mal nach oben hin brechen, retesten und dann weiter hochziehen, dann ist dort vielleicht die erste Trading-Möglichkeit gekommen, denn diese goldene absteigende Linie, die haben wir jetzt erstmal gebrochen. Und wenn wir ein 4 Stunden Close mit Retest kriegen, hier über dieser roten Marke, die verläuft jetzt gerade bei 100 ungefähr 34. Vorher würde ich nicht darüber nachdenken, eine Trading-Position einzugehen. Danach wäre es natürlich sehr, sehr schön, wenn wir weiter hochziehen und irgendwann diese goldene Diagonale absteigende Linie nach oben hin nehmen. Und danach ist nach oben hin erstmal ein bisschen Platz für eine Trading-Position. Litecoin, bitte, nicht die Marke von 130. Ein 4 Stunden Close darunter verheißt nichts Gutes, denn das bedeutet einfach nur, dass die nächste Marke nach unten die 125, danach die 120 ist und wenn wir schon bei 120 ankommen, tja, dann sind die 100 Dollar nicht weit. Bei XRP sieht das Ganze relativ ähnlich aus. Hier ist allerdings für mich eine vernünftige Trading-Position erstmöglich, wenn wir die 82 Cent nach oben hin brechen, denn für mich macht das Ganze keinen Sinn, wenn wir Gold nach oben hin brechen, denn wir haben direkt drei Resistance-Linien über uns. Das ist mir zu spekulativ, deswegen warte ich darauf, dass wir alles nach oben hin brechen und dann hier weiterhin diese Zeichnungen verfolgen. Vorher nehme ich keine Trading-Position bei XRP ein. Das ändert sich natürlich, wenn wir hier runterziehen und dann sage ich mal, erst hier die goldene Linie brechen oder wenn wir hier seitwärts ziehen und hier die goldene Linie brechen. Alles ist bisher nicht passiert, von daher achte ich jetzt gerade nicht auf eine Trading-Position in Richtung Norden, sondern warte darauf, dass wir diese Linien brechen. Auf dem Weg nach unten ist weiterhin die Marke, diese grüne Linie, die wir hier eingezeichnet haben, Achtung, auf Tagesbasis interessant, die haben wir bisher nicht gebrochen. Das ist die Marke von 75 Cent, ungefähr 75,8. Brechen wir die auf Tagesbasis nach unten, alles klar, Moin, nächster Support, 70 Cent. Wenn wir das nicht halten können, sind die 65 Cent unsere nächste mögliche Unterstützung auf dem Weg in Richtung Süden. Wie sieht es aus bei Cardano? 2% im Plus, gar nicht so schlecht, sage ich einfach mal. Hier müssen wir mal ganz kurz den 8-Stunden-Timeframe gucken. Da kann man sich mal hier eine kurzfristige Linie ziehen, das ist diese kleine Rote. Wenn wir die mal nach oben hin überspringen, das seht ihr jetzt hier auf 4-Stunden-Basis, wenn wir mal hier so etwas machen, dann ist das eine super Spekulatius-Position, sage ich einfach mal, die vielleicht ein bisschen Abzeitpotenzial bietet. Da würde ich dann überlegen, ob ich hier meinen Stop-Loss-Off-Break-Even setze. Und für mich ist eigentlich erst eine vernünftige Trading-Position hier möglich, wenn wir diese goldenen absteigenden Linien gleichzeitig dann grün beides nach oben hin überspringen. Ungefähr bei 1,285 verlaufend. Vorher nehme ich persönlich keine Position ein. Auf dem Weg nach unten ganz klar hier diese grüne Linie unterschreiten wir die auf 4-Stunden-Basis. Das ist die 1,19$ und 5. Dann werden wir die 1,09$ wiedersehen. VeChain ganz genau das gleiche. Im Grunde genommen ist eine vernünftige, also eine, ja, langfristige Long-Position. Erst hier oben möglich beim Überschreiten dieser goldenen absteigenden Linie. Die verläuft jetzt gerade ungefähr bei 9,2 Cent. Alles darunter ist ein bisschen Spekulatius behaftet und auf 4-Stunden-Basis. Also wenn ich die allererste Trading-Position eingehen würde wollen, dann bleibt das Ganze hier erst über dieser goldenen Linie möglich. Bei der Marke von 8,1 Cent in Richtung Norden. Vorher würde ich auch hier nicht darüber nachdenken, eine Position zu eröffnen. Zumindest nicht auf Trading-Basis. 8 Cent bei VeChain sind auf langfristige Basis, auf HODL-Basis. Mit Sicherheit ist es nicht so die allerschlechte Idee, wenn wir dahin zurückgehen. Müssen wir gucken. Hier, da hatten wir letzte Mal im, ja, im Juli-Dip, sag ich einfach mal, die Möglichkeit so günstig einzusteigen. Und danach maximal hier auf solchen Week. Ansonsten müssten wir zurückgehen in den März 2021. 2021, das ist schon ein gutes Stück her. Solche Kurse waren bei VeChain immer eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit in Richtung Norden. Unsere Zottel-Position kann man hier, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Auf dem Weg Richtung Süden sollten wir aufpassen, dass wir diese rote Linie hier nicht auf 8-Stunden-Basis nach unten hin unterschreiben. Sonst sehen wir definitiv nochmal die 7,5 Cent wieder. Wenn die 7,5 nicht sein teilen, dann hallo 7 Cent. Solana erholt sich ein bisschen. Auch hier schicken wir uns jetzt vielleicht gerade mal an, die allererste Möglichkeit in Betracht zu ziehen, um bei Solana eine erneute Long-Position einzugehen. Achtung, wenn wir diese Marke hier brechen, diese 141 ungefähr, wo wir uns jetzt gerade auffalten, wir haben mal ein 4-Stunden-Kloster drüber oder was? Und das Ganze zieht weiter hoch. Hier, moin, erste zaghafte Möglichkeit. Hier, mal sehen, was an der nächsten Marke passiert. Das ist die 150. Und falls wir es sogar mal schaffen, hier drüber zu kommen, über Gold, gleichzeitig über Grün, das ist die Marke von 160. Dann ist auch hier eine gute, also eine vernünftige Long-Position wieder möglich. Denn das wäre dann schon wieder auch ein höheres Hoch als das hier. Das wäre erstmal sehr, sehr positiv. Das Ganze würde dann wahrscheinlich ungefähr so verlaufen. Und von daher hätten wir höhere Hochs, höhere Tiefs und hätten das auch übersprungen. Das wäre wirklich erstmal sehr, sehr positiv. Naja, so weit ist es noch nicht. Aber hier einfach mal auf diese Marke, wo wir jetzt im Grunde genommen gerade sind. Das ist die 141 mal ein Auge drauf haben, wenn wir das nach oben hinbrechen. Scheitert erstmal was möglich zu sein. Ansonsten eine Kurse von 130, die wir ja gesehen haben bei Solana. Tja, auch hier müssen wir mal mindestens zurückgehen auf den September. Und dort war es auch eine ganz gute Gelegenheit, immer zuzuschlagen, sage ich einfach mal. Und ja, auf langfristige Sicht gesehen. Was macht Chiba? 2,7% im Plus. Hier müssen wir auch ein bisschen näher dran gehen. Tja, hier gibt es im Grunde genommen nichts zu tun, bis wir die rote Linie und die goldene Absteigende nach oben hin überwinden haben. Das Ganze verlauft bei 0,003095. Danach kann man das Ganze mal probieren. Das war es für die Allcoins. Gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Coin morgen mit dabei sein kann. Bitte nehmt mal eine Coin, der nicht 0,000000124 Euro wert ist und ein bisschen länger besteht als drei Tage. Das wäre sehr, sehr nice. Dann können wir da morgen gerne mal reinkommen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start in diesen Samstag. Ein tolles Wochenende. Macht was mit Frau, Freundin und Familie. Genießt die freie Zeit. Es ist das Wichtigste, die Zeit mit lieben Menschen zu verbringen. Und wir sehen uns heute Abend im Abendupdate. Und wir sehen uns heute Abend.